Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ich hoffe, dass es euch gut geht, ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt und das ganze drumherum natürlich immer. Heute befassen wir uns mit dem Public Beta Environment aka, dem Patch 10.3, das heißt die PBE-Patch-Nauts, was gerade so auf dem PBE abgeht, da sind nämlich so ein paar neue Dinge am Start tatsächlich und später werde ich dann ein bisschen streamen, das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Ja, das erste, was natürlich jetzt ansteht und das wird natürlich für einen Teil der Menschen von euch richtig Freude geben, vielleicht auch nicht und wie die anderen immer dasselbe, Valentinstag meine Freunde. Ja, Valentinstag steht vor der Tür, zwei Wochen müssen es sein, von heute, 14. ist das doch, sind zwei Wochen. Ja, das heißt, es kommen natürlich wieder Valentinskins raus, wir haben zum einen Heartseeker Jinx und Heartseeker, ist es Jinx? Ja, Jinx und Yumi. Okay, ja, Heartseeker Skins war ich noch nie so ein Giga-Fan, muss ich von, also davon muss ich sagen. Ich weiß nicht, gibt es wirklich einen coolen, der Lucian Skin ist ganz nett und hier, das sieht mit den Fallen auch ganz cool aus, aber so ein richtiger Heartseeker Fan bin ich nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich eher was für Frauen, oder? Gibt es Umfrage? Gibt es Männer, die diesen Skin kaufen und spielen? Gibt es sowas wirklich? Vielleicht so als Couple-Version, wenn man sagt, wow, wir sind so verliebt und so, wow, voll cute und ich bin deine Senna und du bist meine Banner und ich bin Dordana und Jorjana vielleicht noch auch. Also ja, vielleicht, ne? Ist ja auch jedem offen gelassen. Aber Leute, Leute, True Damage Senna, eigentlich bin ich überhaupt kein Freund von True Damage, ja? Aber diese Splashart sieht giga sick aus und holy fuck, Leute, wisst ihr, was hier ins Auge sticht? Holy fuck, ähm, ist das ein Gerät. Also wirklich. Das ist ein, also der Skin sieht, der sieht, also der True Damage Senna Skin, klar, Senna wird jetzt gerade nochmal genervt, aber sieht insane gut aus. Und das meine ich nicht nur im Blick auf dieses rechte Bild, der sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Den würde ich mir sogar gönnen, hab aber keinen Bock, diese ganzen Prestigestachen zu farmen, aber vielleicht hat jemand von euch Bock. Hier gibt's noch ein paar Chromas. Ähm, ist allerdings alles uninteressant. Auch dieses Icon sieht auch cool aus tatsächlich, ne? Ja, dann haben wir noch so ein paar visuelle Änderungen bei Annie und bei, bei, bei Naudilus. Da springen wir jetzt einfach mal rüber über den ganzen Quatsch. Und hier geht's los, Leute. Fangen wir an. Erstmal haben wir noch Dragonslayer Trundle irgendwie, keine Ahnung. So, interessant. Akali. Für Akali, da wurde ja schon so ein bisschen geleakt, dass wieder einige Änderungen auf dem Weg sind. Dieser Champion ist einfach, ich frag mich, wann das Re-Rework kommt. Also das Re-Vamp-Rework, dass sie wieder zur alten Akali wird. Wenn, ich weiß nicht, ob Riot es wirklich schafft, diesen Champion zu balancen, wenn, was sich das mal hier wieder anguckt. Also erst mal werden die Energiekosten erhöht von diesem, äh, von ihrer Queue um 20. Das ist wirklich krass. Und sogar auf Stufe 1 um 20. Das heißt, das ist schon jetzt erstmal gigakrass. Dadurch kann sie natürlich schlechter poken, weniger farmen und, ähm, auch Waveclean etc. Twilight Shroud. Twilight Shroud, ja, ich mein, im Prinzip war's vorher so, dass wenn sie gesehen wird oder angegriffen wird oder CC'd wird, dass sie dann unsichtbar bleiben soll. Das war erst geplant. Es gab einige Änderungen, die schon geleakt worden waren, ob es jetzt wirklich so war oder nicht. Auf jeden Fall ist es aktuell so, dass sie nicht mehr Muffin Speed in ihrer Shroud bekommt, wie es so der Fall ist, sondern sie bekommt einmal, wenn sie das Ganze castet. Das heißt, sie wirft die Bombe auf den Boden, bekommt einmal für zwei Sekunden Decaying Muffin Speed, was ein bisschen mehr ist, als was sie feuerte. Aber nur zwei Sekunden. Danach ist es vorbei, ja. Sie wirft es auf den Boden, zack. Also, das tut auf jeden Fall giga weh, weil ich fand, das war immer das sehr, sehr coole in, äh, von Akali, dass du halt die Möglichkeit hast, um dein Ziel so, wenn es in dieser Wolke drin ist, wie so ein Hai, herauszustechen. Hier ein Slash, da ein Slash und dann bin ich wieder unsichtbar und dann bin ich wieder hier und dann schlage ich von dort und dann, ja. Ja, klar, klingt doch schon ein bisschen broken, selber ehrlich, aber, ey, das fand ich, ich fand das cool. Das fand ich cool. Ja, zwei Sekunden, einmal, wenn sie es castet. Vielleicht ist es ja fair. Vielleicht ist es ja fair. Lassen wir es mal so. Ihre Ultimate. Ihre Ultimate Dash Lockout Increase, das heißt, die Zeit, wann sie nach ihrer ersten Ultimate die zweite Ultimate casten kann, ja, das hat ja so ein Fenster, auf 2,5. Ich fand 1,75 schon giga viel, wenn ich ehrlich bin. 2,5 ist insane viel. Im Late Game willst du einen Articary am besten in einer Sekunde töten und das schaffen die meisten Assassinen auch. So ein Talon, so ein Fizz, Rengar, wenn du jetzt aber 2,5 wenn bist, vielleicht sogar 3 Sekunden warten musst, weil du musst ja auch erstmal drauf, der ist schon den ganzen Scheiß. Ähm, holy fuck, das wird sich so unangenehm anfühlen, Leute. Das call ich jetzt schon. Das wird richtig, richtig ekelhaft sein. Na gut, weiter. Ihre erste Ult ist nicht mehr Free Target Bar, sondern Enemy Champion Target. Das heißt, sie muss einen Gegner anklicken. Finde ich, ähm, ja, einerseits nimmt das natürlich viel Mobilität von Akali weg und das ist ja auch das Ziel. Also es fühlt sich wahrscheinlich nicht mehr schön an, aber es ist wahrscheinlich gut, weil vorher konntest du halt einfach, du hast so viele Dash, du kommst immer irgendwo weg. Du kannst einfach mit der ersten Ult über eine Wand springen. Naja, du kannst einfach vor den Gegnern weg springen, du kannst überall irgendwo hinspringen. Und jetzt geht es halt wirklich nur noch auf Enemy Champion. Das heißt, man kann es nicht mal auf Minions oder sowas oder Vögel oder sowas machen, sondern wirklich nur Champions. Äh, die Range ist bei 625 und ja, eher Distanz, bla bla bla. Das ist so, das, also, ja, keine Ahnung, äh, ich meine, aktuell wird Akali auch wieder ein bisschen mehr gespielt, hab ich das Gefühl. Danach ist sie wahrscheinlich wieder tot, mal gucken. Ja, gut. Erfäljus, sein Calibrium-Mark ist jetzt auf 2000 Range begrenzt, das war ja vorher Infinite. Keine Ahnung, ob da irgendjemand Shundlu damit getrieben hat, aber es geht jetzt nicht mehr auf unendlich viel Reichweite, das ist fair. Asie wird gebufft, ich spiele aktuell ein bisschen Asie. Ähm, Asie wird gebufft, bekommt mehr Mana, ist ganz nett, wenn man nur Nasch ausbauen will, ist schon nett. Und seine Ultimate hat jetzt mehr Breite, das heißt, sie hat einen Soldaten mehr und jeder Soldat ist quasi wie bei Anivia Wall, die Wall wird ja auch mit jedem Level größer. So wird die Asie Wall, bei 8 Soldaten müsste sie wirklich in, 8 Soldaten, Leute, die müsste wirklich insane groß sein. Ich hab nur ein bisschen Angst, dass sie, sie buffen gerade sehr viele Dinge um Asie herum. Die nicht seine Stats betreffen. Vielleicht ist das der richtige Weg, Asie zu buffen. Vielleicht so. Aber, also sie machen quasi viele kleine Sachen, die nicht so richtig nach oben pushen. Aber halt immer so ein kleines Stück, immer so ein kleines Stück, immer so ein kleines Stück. Aber ich glaube, ich hätte lieber, klar, das macht ihn wieder broken, aber hey, mach 20 mehr Schaden auf der Q zum Beispiel. Weil die Q macht schon insane, wenn ich Schaden finde, aber die hat natürlich auch sehr viel Range und dies und das und alles und jenes. Aber, ja, warten wir jetzt mal ab und, äh, ich, ich, ein geschenkten Gaul schaust du nicht in den Asie Soldier rein. Also machen wir. Äh, ja, Koki, Koki wird gebufft. Es gibt tatsächlich einige Leute aktuell, die sagen, Koki ist schon ziemlich stark geworden. Gibt auch einige, die sagen, der ist useless. Äh, Koki wird auf jeden Fall nochmal gebufft und zwar seine Special Delivery macht mehr Scaling. Das heißt, hier haben wir 50% statt 37,5 und 5% statt 6, also das ist schon ordentlich. Und außerdem die Slow Duration, ja, also beziehungsweise die, die, die Dauer von dem Dot wird auf 1,5 angehoben. Und ihr kennt ja, wenn Koki mit seinem Karacho-Schlitten da durch, durchfeuert, und feuern ist ja das Richtige, dann brennt ja alles und ihr seid geslowed. Ihr braucht euch gar nicht mehr bewegen, weil ihr euch eh nicht bewegen könnt, so krass seid ihr geslowed. Und jetzt seid ihr nochmal 0, das klingt nicht viel, aber 0,5 Sekunden, ich weiß nicht, was ist das für ein Slow? Also hier 90%, ja. Das ist giga krass. Das ist einfach giga fucking krass. Ja. Ähm, also der hält ja sowieso, glaube ich, 5 Sekunden, ne? Die, die Feuer Trail, aber der, ähm, der Slow hält dann auf jeden Fall, wenn, auch wenn du rausläufst, 1,5. Ja, Galio wird gebufft, Galios Storm hält ein bisschen länger und, ähm, macht dadurch einen Tick mehr, also einmal mehr Damage. Miss Fortune verliert ein bisschen Attack Speed, sollte sie nicht zu sehr kümmern, weil Attack Speed will sie eigentlich eh nicht haben, beziehungsweise kehrt sie jetzt nicht so krass about. Rumble wird etwas genervt, das bedeutet hier ein bisschen Zahlentuning, ist uninteressant, aber sein Schild gibt quasi weniger, ja. Hat einen etwas geringeren Wert im Early Game und scalt ein bisschen schlechter, ist okay, kann man machen. Rumble wird aktuell auch wieder ein bisschen öfter gespielt, gerade auch ab und zu mal in der Midlane nervt schon der Ball. Ich finde aber gut, ich meine, die Stärke von diesem Schrottschild, muss man einfach sagen, ist, dass du es permanent casten kannst. Und das ist halt beibehalten, das finde ich gerade nett. Ne, es ist halt nicht mehr ganz so stark, aber es ist immer noch ziemlich stark eigentlich, ne? Äh, Sejuani, Sejuani kriegt jetzt Attacks wieder zu Sejuani, ist ja sowieso, jetzt muss es wieder anfangen mit LCS und den ganzen Kram bringen sie wieder Sejuani rein. Ich weiß ja nicht, Leute. Ähm, ich weiß ja nicht. Sejuani ist immer wieder... Es gibt so viele Champs, die auch ein bisschen Liebe bekommen könnten. Was mit Skana? Ich glaube, Skana ist nicht too bad. Skana kann man so lassen, wie er ist, aber... Sejuani wird jeden dritten Patch gebufft oder genervt. Wirklich, jeden zweiten, dritten Patch. Ja. Außerdem geht ihre Passive jetzt weg, wenn sie von Small Monsters angegriffen worden ist. Das war vorher nicht so. Finde ich ziemlich krass, dass das nicht so war. Senna. Senna wird aktuell viel Articary gespielt, immer noch, und das mag Rito nicht. Rito sagt Nein zu Articary. Und deswegen ist es jetzt so, dass die Droprate, wenn Senna das Minion nicht killt, erhöht wird. Das heißt, Support Senna bekommt mehr Minions. Oder ihr spielt Articary Senna ohne zu Last Hitten. Also, so wie ich sie spielen würde. Oder, äh, und, und nicht und. Das finde ich ein bisschen weirdo. Ich weiß nicht ganz, was es heißen soll. Also, ich weiß, was es heißen soll, aber ich weiß nicht ganz, was es heißen soll. Weil ich nicht ganz, was es bedeuten soll. Wenn, also, Soul Drop Rate on Cannons. Also, wenn Senna eine Cannon-Kanone tötet, von 100% Feuer ist immer eine Seele auf 1,67. Was für 1,67? Also, das heißt, im Prinzip droppt so gut wie nie wieder eine Seele von einer Kanone. Ähm, und warum 1,67? Was heißt das? Warum? Dasselbe zählt auch, wenn der Supporter eine Minion, eine Kanone Last Hittet. Warum genau, warum ausgerechnet 1,67? Da muss doch, ist das irgendein, ich gehöre ja zu den, äh, quasi, ich bin ja ein Vampir, wisst ihr. Und ich habe damals auch die Pyramiden erbaut. Für alle, die es nicht wissen, die Pyramiden sind nicht von Ägyptern gebaut worden. Die sind von Vampiren gebaut worden. Und in den Pyramiden, ja, jetzt ist es geleakt, aber irgendwann, ich meine, die Menschen sind gerade richtig krass am Nerven. Und mit ihren Expeditionen da in die Pyramiden und alles und Erforschungen, ähm, da liegen unsere Sakrophagdinger zum Schlafen. Sehr, 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 und, ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Tschüss. Äh, ja, weiter geht's. Äh, 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 ja, Z, Z, Wirt, wo ist ein Z? Da, Z, da, Z. Äh, wird ein bisschen genervt, und zwar seine W, die ist auch viel zu krass. Mal ganz ehrlich, du, dir haut jemand richtig krass in die Fresse und du haust genauso krass wieder zurück. Das ist ein Spell, der dich komplett defensiv macht, 100%, aber genauso 100% aggressiv. Das finde ich richtig kacke. Er hat auch viel zu wenig Cooldown. Das heißt, Cooldown wird um 4 Sekunden angehoben. Das ist auch das, ganz ehrlich, beziehungsweise im Early Game um 2, später um 4. Das könnte auch locker gerne im Early Game 20 sein. Und der Base Damage wird etwas reduziert, finde ich auch nett. Sona gibt jetzt weniger Move and Speed, war auch viel zu krass letztes Mal, ne? Leute, da sind wir uns einig, dass das letzte Mal viel zu krass war. Swain macht jetzt, das ist ein bisschen, also, bei Swain ist es so, dass wenn er sich heilt, er zusätzlichen Schaden durch seinen Soul Flare macht, durch seine Explosion. Und das wurde reduziert. Das heißt, der Damage durch seine Explosion wird nicht mehr so stark durch Healing erhöht. Wukong, ein Reverc, was schon 12.000 Jahre auf dem PPE war. Im Prinzip zusammengefasst, wenn er in einen Busch läuft, dann bekommt er ein Schild. Ist cool, ist nett, kann man vielleicht coole Sachen mitmachen, Jukes und so weiter. Q ist gleich geblieben. Seine W ist so, dass er auf sein Ziel zudasht und wird dann unsichtbar. Und hinterlässt und klont. Also im Prinzip so wie seine W, nur, dass er dash. Ist cool, weil dadurch hat er noch ein Dash mehr. Das könnte krass sein und das war's im Prinzip. Dann haben wir noch Yomi. Yomi wird jetzt der Q, die Q-Mana-Kosten werden reduziert. Der Damage wird aber auch gigakrass reduziert. Holy fuck, um 50er, um 55er. Allerdings macht das Ding jetzt Target Cure and Health Damage. Das heißt, wenn ein Ziel richtig viel AP hat, macht er damit ganz ordentlich. Damage auf der Botlane also meistens nicht, aber es ist okay. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ähm, klar, also der Base Damage Feuer wäre viel, viel wichtiger gewesen auf der Botlane. Aber, ja, so scale ich ein bisschen besser ins Late Game rein. Auch vielleicht gegen diese ganzen Tanks, die aktuell gespielt werden. Naja. Äh, der Lockout, die Lockout-Duration von Yomi wird reduziert mit CDR. Außerdem ist Silence nicht länger ein Immobilizing CC. Und ihr Heal hat jetzt mehr Scaling. Aber, ähm, weniger Heal. 40 weniger Heal, aber mehr Scaling. Das heißt, scale ich schön ins Late Game rein. Mit Yomi kann man auch gut ein bisschen AP bauen. Aber im Early Game ein bisschen schwächer. Ja, Jungle Experience. Da wird sich gerade sehr, sehr viel drüber aufgeregt. Beziehungsweise, es ist crazy. Aktuell habe ich das Gefühl, niemand juggelt mehr. Das ist my feeling. Ähm, ja, Jungle wird gebufft. Und zwar ist es so. Das erste Monster gibt zwar weniger XP, aber dafür gibt jedes große Monster 10 mehr XP. Dadurch gibt der erste quasi nur 5 weniger. Das ist okay. Jedes große Monster gibt 10 mehr XP. Das ist der Deal. Mehr XP ist mehr XP. Kann man mal in quasi sagen. Außerdem gegen die Crux mehr XP. Also 175 und mehr Gold. Die werden also gebufft. Die wurden ja mal genervt. War ein bisschen schwächer. Äh, ja. Im Prinzip ist es das. Dann haben wir noch ein paar TFT Changes. Aber ich glaube, die interessieren die meisten Leute jetzt nicht. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einen Break. Ähm, ja. Ihr könnt ja mal gerne sagen, was ihr von den Änderungen haltet. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht ganz, was Akali und Asie angeht. Ah, müssen wir mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Äh, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich liebe. Und bis dann. Goodbye. Bye. Bye. Bye.